Hallo und herzlich willkommen zurück bei Big Webber und Emergency 20 bzw. Emergency 2017. Das ist ja der Titel, den wir angefangen haben zu spielen und der jetzt weitergeht in der Kampagne. Das letzte Mal war Bombenstimmung in Berlin, da ist die Bombe hochgegangen. Und heute, so wie ich das noch richtig mitbekommen habe am Ende der letzten Folge, startet das Oktoberfest in München. Da bin ich mal gespannt, was uns erwartet heute. Wahrscheinlich Notarzteinsätze auf dem Oktoberfest, vielleicht Brand, mal gucken. Vielleicht gibt es einen Sturm oder ein Gewitter auf dem Oktoberfest und wir müssen die Leute retten. Da sind wir gespannt. Wichtig ist als Einsatzleiter Prioritäten setzen. Das habe ich das letzte Mal gar nicht so erwähnt, aber man muss eine Priorität nach der anderen abspielen. Heute beginnt ein neues Volksfest in der Stadt. Neues Volksfest. Was ist am wichtigsten? Was muss ich zuerst machen? Erst Menschenrettung, erst Brandlöschen, nacheinander. Ein Schaltkasten im Einsatzgebiet hat einen schweren technischen Defekt. Personen, die sich ihm nähern, könnten einen starken elektrischen Schlag erleiden. Reparieren Sie den Schaltkasten so schnell wie möglich und kümmern Sie sich, wenn nötig, um alle verletzten Personen. Der hat jetzt natürlich einen Schlag gekriegt. Zu Befehl. Wird erledigt. Oh, wow. Okay. Auf geht's, Leute. Wir machen ein bisschen Geschwindigkeit vorwärts, damit es ein bisschen schneller geht. Erwarte Befehle. Alles klar. Jawohl. So, der repariert. Erwarte Befehle. Sofort. Wird gemacht. Kann der schon hin, ohne dass was passiert? Ich glaube schon, oder? Ja, jo. Was geht's? So, aussteigen. Sofort. Alles klar. Ich bin schon mal dahin, der ist fertig. Abfährt. Wird erledigt. Höre. Kannst zurück zum HQ. Verstanden. Bin bereit. So, die warten kurz. Wird gemacht. Auf die Trage. Der Notarzt packt zusammen. Kann ins Auto zurück. Ja. Bin bereit. Sofort. Auf ins HQ. Alle Kräfte, die wir nicht mehr brauchen, schnellstmöglich zurückziehen, damit wir sie wieder frei haben. Ist wichtig für Erfolge-Einsätze natürlich. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Ist immer wieder lustig. Unser HQ, wo alles kann. Können wir vorspulen. Ja, schauen wir mal, was uns weiter erwartet. Bis jetzt so ein kleinerer Einsatz. Sehr gut. Neue Einsatzfahrzeuge verfügbar. Ein Rettungshundefahrzeug. Und ein Bergungshelikopter. Oh, wir könnten einen Bergeinsatz bekommen. 3000 Credits ist aber noch ein bisschen hin. Brauchen wir noch mehr Einsätze. Ja, warten wir mal. So ist es manchmal auch im echten Feuerwehrleben. Manchmal ist es halt ruhig. Auf dem Volksfest sind mehrere Personen an einer Nahrungsmittelvergiftung erkrankt. Versorgen Sie alle Opfer. Vielleicht finden Sie dabei ja auch heraus, wer für den Vertrieb der offenbar verdorbenen Nahrung verantwortlich ist. Nehmen Sie die betroffene Person fest. Notruf. Gebäudebrand. Ursache unbekannt. Es befinden sich noch Personen im brennenden Gebäude. Retten Sie sie. Wird erledigt. Wenn nötig, versorgen Sie alle Opfer der Brände und transportieren Sie beschädigte Fahrzeuge ab. Ist in Arbeit. Sofort. Okay. Jetzt natürlich gleich ein doppeler Einsatz. Kein Problem. Bin bereit. Wird erledigt. Verstanden. Wir brauchen einen Rettungsdienst. Ist in Arbeit. Sofort. So, kurz zum Gebäudeband. Wo ist die Feuerwehr? Unser Notarzt hat bei der Behandlung von einem der an Nahrungsmittelvergiftung erkrankten Volksfestbesucher erfahren, dass er die verdorbene Nahrung an einer Imbissbude gekauft hat. Achtung. Der Imbissbudenbesitzer befindet sich offenbar bereits auf der Flucht. Sofort aufhalten und festnehmen. Jetzt wird es lustig. Jetzt kommt mein Stress. Alles klar. Alles klar. Das Gebäude ist in Gefahr. In Ordnung. Wir sollten so schnell wie möglich das Drehleiterfahrzeug einsetzen, um sie in Sicherheit zu bringen. Ja, machen wir sofort. Sind wir schon dabei? Buschpolizei. Höre. Ist in Arbeit. Bin bereit. Okay. Wird erledigt. Bin bereit. In Ordnung. Wird erledigt. Ich hab' Verstanden. Bin dabei. Höre. Ist in Arbeit. Ja. Verstanden. Sofort. Aber hier geht's ab, ey. Also wir müssen jetzt hier koordiniert vorgehen. Bin bereit. Wird gemacht. Bin bereit. Jetzt werden alle behandelt. Kein Stutz. Zu Befehl. Ja. Der Streifenwagen bringt den Gefangenen zu den Arrestzellen der Basis. Alles klar. Bin bereit. Was gibt's? Jawohl. Ja. So, den Hammer dann. Jetzt hier weiter. Verstanden. Zu Befehl. Ja. Erwarte Befehl. Kein Problem. Was geht's? Was gibt's? Wird gemacht. Rauser. Sofort. Erwarte Befehl. Kann man auch aussteigen lassen. Ja. Sehr gut. Zu Befehl. Ja. Bin dabei. Wir können abrücken. Wir können abrücken. Der wird behandelt. Der wird abtransportiert. Wir brauchen noch einen Rettungsdienst. Aber wir haben gerade keinen mehr. Was geht's? Wird gemacht. Ich brauche noch eine Rettungswagen. Bitte. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Höre. Sofort. Ich komme zurück. Ich bin bereit. Dann haben wir gerettet. Kein Problem. Der Einsatz sollte dann noch erledigt sein. Hier brauchen wir noch einen Rettungswagen. Sind alle drei im Einsatz. Oh, scheiße. Verstanden. Ich komme zurück. Rettungswagen holen. Die rücken jetzt auch ab. Höre. Wo ist mein Rettungswagen? Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Sehr gut. Alles klar. Höre. Sofort. Einfach auf der Straße stehen bleiben. Egal. Bin bereit. Du kommst zurück. Alles klar. Alle Autos mussten dann wieder verfügbar sein bis auf deinen Rettungswagen. Der kommt jetzt dann aber auch zurück. Da ist noch mal ein Opfer. Sofort. Sofort. Das heißt, wir brauchen noch mal einen Rettungswagen. In Ordnung. So, die bleibt die ins Portet. Der ist erledigt. Gott sei Dank haben wir aufgepasst. Ich habe das gesehen. Das wäre es jetzt gewesen. Ein Opfer einfach vergessen. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Super Einsatzleiter. Oh, wir haben eine Person vergessen. Egal. Tut mir leid. Ja. In Ordnung. Mal überlaufen. In Ordnung. Okay, wir können uns abrücken jetzt endgültig. Erwarte Befehle. Bin dabei. Person ist schwer erkrankt und muss versorgt werden. Stellen Sie Ihren Zustand fest und versorgen Sie sie. Wenn nötig, transportieren Sie sie ab. Notarzt ist unterwegs. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Infizierte Person mit Notarztbehandlung. Ja, wir sind unterwegs. Bin dabei. Steht noch ein Polizist rum. Lauf dir mal nach Hause. Was geht's? Bin dabei. Gehen so bescheuert hin, gell? Kein Problem. 3200. Wir können das Rettungshundefahrzeug kaufen. Sehr gut. Haben wir schon mal. Jetzt fehlt uns noch der Hubi. Ich weiß halt nicht, ob ich einen Rettungstransportwagen brauche. Ja, dann werden wir kommen. Kein Problem. Im Zweifel zieht man halt zurück. Lieber zu viel alarmieren wie zu wenig. Ich kann immer noch Kräfte zurückholen. Okay, jetzt fehlt mir nicht. Kann zurück. Also der Rettungssagen dreht um. Erwarte Befehle. Und zurück. Sofort. Der Polizist läuft. Achtung, Notfallmeldung. Aus ungeklärten Gründen ist ein Fahrzeug in Brand geraten. Löschen Sie alle Brände und transportieren Sie alle beschädigten Fahrzeuge ab. Auf geht's, Feuerwehrenstart. Also die Tanklöschfahrzeuge machen einiges einfacher. Also wenn ich ganz am Anfang überlege, mit den normalen Feuerwehrautos aussteigen, schlauchfest machen und so weiter und so fort. Das geht damit dann doch einiges schneller. Problem ist, dass es ewig dauert, bis die kommen. Dann geben wir ein bisschen Gas. Wir hören es Martin zuhause und da sind sie. Löschen, bitte. Zu Verfehlen. Kann schon mal ein Abschlepper kommen. Es hat sich ein bisschen erhitzt, aber es hütet sich so, als wenn es trennen würde. Der Abschlepper ist unterwegs. Wir bleiben noch kurz stehen. Der Brand wurde von einem Fahrzeug angefahren und verletzt. Der Fahrer des Fahrzeugs scheint ebenfalls verletzt zu sein. Verstanden. Und kann offenbar nicht aus eigener Kraft aus seinem Wagen aussteigen. Kümmern Sie sich darum. Orientieren Sie sich dazu an Ihrer Aufgabenliste. Das sind drei Opfer. Okay. Wir können schon mal abholen. Was geht's? Sofort. Verstanden. Ich ruche meinen Rüstwagen. Was geht's? Direkt hier auf die Kreuze. Rettungsschere. Da stehen wir. Okay. Was gibt's? Rettungsschere. Zu Befehl. Befreien. Erwartet Befehle. Jawohl. Befreien. Ja. Kein Problem. Was gibt's? Verstanden. Bin bereit. Erwartet Befehle. Jawohl. Sofort. Wir brauchen auf jeden Fall Rettungswägen. Verstanden. Drei Stück. Bin dabei. Ja, der ist unterwegs. Bin bereit. Ja. Verstanden. Und gleich den nächsten. Was geht's? Fahrt du mal darüber. Stück vor und raus. Alles klar. Was gibt's? Alles klar. Erwartet Befehle. Bin dabei. Höre. Ja, jetzt einen zweiten Notarzt zu holen, wäre wahrscheinlich Quatsch. Verstanden. Kannst du schon mal zurück? Bin bereit. Verstanden. Verstanden. Ja, komm, hol mal einen Notarzt. Scheiß drauf. Bin bereit. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Ist in Arbeit. Wird erledigt. Alles klar. Erwartet Befehle. Ist in Arbeit. Na dann, geh mal mit zwei Notärzten ran. Bin dabei. Geht schneller. Wird erledigt. Der Abschnitt wegen schon mal holen. Höre. Sofort. Höre. Notruf. Brandausbruch. Ursache unbekannt. Löschen Sie alle Brände und kümmern Sie sich um alle weiteren Schäden. Jawohl. Auf geht's. Was solltet ihr eigentlich mit einem? Erwartet Befehle. Okay. Bin bereit. Sofort. Höre. Okay. Erwartet Befehle. Kein Problem. Ja. Wird erledigt. Höre. Ist in Arbeit. Alle abrücken. Höre. Okay. Ja, fahr mal dran vorbei. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Was geht's? Erstmal den durchlassen. Ja. Bin bereit. Kein Problem. Was machen wir in die Brände? Die sind dabei. Ja, so ein Rettung... Also so ein... Wie gesagt, das Löschfahrzeug ist einfach premium. Ja. Was geht's? Kein Problem. Die Brände sind gelöscht. Was gibt's? Abschleppert. Verstanden. Abschlepper, jawohl. Keine Geduld, die Menschen. Das ist unglaublich. Wie im echten Leben. Keine Geduld. Aber für den Hubschrauber brauchen wir noch einiges an Credits. Und normalerweise gehe ich davon aus, dass wir die noch brauchen. Für den letzten Einsatz. Erwarte Befehle. Polizist da. Gehen wir los, da rein, fahrt raus. Der steht halt hier rum. Martin Schwarz. Arme Kerl, jetzt fängt es an zu regnen. Achtung, eine unbekannte Person droht auf dem Münchner Oktoberfest eine Bombe zu zünden. Der Tatverdächtige wurde bereits auf dem Festplatz gesichtet. Er ist offenbar bewaffnet und muss als gefährlich eingestuft werden. Entschärfen Sie die Bombe. Verhaften Sie den Bombenleg. Alles klar. Und kümmern Sie sich um alle eventuell entstehenden Folgeschäden. Oje, das gefällt mir gar nicht. SEK mit Robby und Straftäter fest. Bin bereit. Da bleibt mir dann aber wieder dabei. Erwarte Befehle. Okay. Bin bereit. Erwarte Befehle. Bin dabei. Wird erledigt. Was gibt's? Sofort. Achtung, eine Einsatzkraft wird angegriffen. Ja, kein Problem. Was gibt's? Alles klar. In Ordnung. Erwarte Befehle. Wo bleibt der Notarzt? In Ordnung. Bin bereit. Jawohl. Jawohl. Wird erledigt. Wird gemacht. Bin bereit. Wird gemacht. Wird gleich weiter vor. Wird gemacht. Schau mal in die Richtung laufen. Es wird Nacht. Haben wir einen Nachteinsatz. In Ordnung. Normalerweise müsste jetzt genug Geld zusammenkommen, um den Hubschrauber zu kaufen. Und dann kommt der finale Einsatz. Eine Person ist zusammengebrochen. Sie muss versorgt und abtransportiert werden. Okay. Dann halt so. Zu Befehl. In Ordnung. Höre. Auf geht's. Kommt. Noch mal Notarzteinsatz. Easy. Okay. Bin bereit. Und ein Tron. Was geht's? Alles klar. Abfahrt. Bin bereit. Abkürzungen fahren. In Ordnung. Bin dabei. Bin bereit. In Ordnung. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Sehr gut. Dann ist das auch erledigt. Na gut, den haben wir jetzt niederschießen müssen, weil er hat ja zurückgeschossen. Gott sei Dank ist kein Passant verletzt worden. Das hätte ich mir niemals verzeihen können. Ja. Okay. Kein Problem. Zurück zur Basis. Ja. Alles klar. Rinder. Und zurück zur Basis. Erwarte Befehle. Ist in Arbeit. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Sehr gut. Wir haben jetzt alle Fahrzeuge gekauft. Aber jetzt nimmt Schauber da. Nö, das liegt nicht. Schauber. Ich glaube, alle auf den Weg zurück. Alles klar. Policeman steht immer noch hier. Aber jetzt kommt der Haupteinsatz. Ja, es war so klar. Was habe ich mir gedacht. Oh, schön. Eine Lawine. Eine Lawine. hat ein Alpendorf und das nahegelegene Skigebiet zu großen Teilen verschüttet. Es gibt zahlreiche Verletzte, die unter Trümmerteilen oder Schnee begraben wurden. Finden und bergen sie alle Opfer des Unglücks. Versorgen sie alle Verletzten und transportieren sie sie ab. Alles klar. Ach du Scheiße. Ich war mit Notarztbahn und sechs Stück Bergefahrzeug. Wird erledigt. Wird erledigt. Zu Befehl. Wird erledigt. Ist in Arbeit. Okay. Bin dabei. Wir müssen ein Bergefahrzeug anfordern, um größere Trümmerteile zu entfernen und verschüttete Fahrzeuge bergen zu können. Möglicherweise lassen sich so weitere Opfer finden. Zumindest kein Feuer. Ist in Arbeit. Der kann gleich loslegen. Kommen alle ins Skigebiet. Guck dir das an, was da abgeht. Ein ganzer Armad an Einsatzkräften zu mir. Ich muss noch gucken, wie ich mit dem Rettungshund umgehe. Ich muss noch nicht. Verdummel da ist im Weg. So. Ausstehen. Okay. Sieht man das irgendwo? Wir müssen unseren Rettungshundeführer anweisen, den Rettungshund auf die Suche nach verschütteten Opfern zu schicken. Der Rettungshund wird die Opfer dann von alleine suchen. Na dann schicken wir los. Alleine am Mardern, blau Licht, ich find's geil. Wo ist der Hund? Fahr du mal aus dem Weg, geschwind. Erwarte Befehle. Da ist jemand. Höre. Bin bereit. Okay. Was geht's? Wird gemacht. War ungefähr wieder. Was gibt's? Was gibt's? Erwarte Befehle. Okay. Alles klar. Bin bereit. Okay. Okay. Alles klar. Hä? Erwarte Befehle. Oh, ich darf ein echtes Bergefahrzeug. Okay. Bin bereit. Alles klar. Der Rettungshund hat ein Lawinenopfer aufgespürt. Wir brauchen unbedingt einen Bergungshelikopter, um verletzte Personen aus dem Lawinengebiet zu retten. Achtung, im Lawinengebiet gibt es noch verschüttete Personen. Höre. Wir müssen sie sofort bergen und versorgen, sonst riskieren wir, dass der Einsatz scheitert. Ja, ja. Was geht's? Ja? Alter, jetzt müssen wir hier echt koordinieren. Der Hubschrauber holt sich jetzt den. Wir müssen unseren Bergungshelikopter einsetzen, um verletzte Lawinenopfer zu bergen. Bin bereit. Der kann den Hund gleich wieder losschicken. Alles klar. Was geht's? In Ordnung. Ja? Okay. Ist in Arbeit. Erwarte Befehle. Verstanden. Jawohl. Rettungshund schraube, rettet den jetzt. Höre. Höre. Verstanden. Verstanden. Was geht's? Verstanden. Was gibt's? Ist in Arbeit. Zu Befehl. Erwarte Befehle. Wird gemacht. Bin bereit. Was gibt's? Höre. Ist die Bahn? Sofort. Die Nummer befreit. Kein Problem. Was gibt's? Wird erledigt. Bin bereit. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Was gibt's? Höre. Wir haben zu wenig Rettungsfahrzeuge. Definitiv. Bin bereit. Bin bereit. Höre. Haben wir alle gefunden? Zu Befehl. Höre. Was geht's? Der Rettungstransportwagen bringt das Rettung zur Krankenstation in der Basis. Jawohl. Was gibt's? Der Hund sucht weiter. Alter. Alter. Ja. Was gibt's? Okay. Okay. Wird erledigt. Höre. Ja, genau. Das war's. Achtung. Es gibt Brände in der Nähe des Hotels. Wir müssen die Brände umgehend löschen. Sonst wird das Hotel brennen und der Eintritt wird scheitern. Sofort. Okay. Okay. Sofort. Wow. Ja, wow. Erwarte Befehle wird erledigt. Die Brände im Feriendorf lassen sich nur mit Feuerwehrmännern löschen. Einsatzfahrzeuge kommen nicht nah genug an die Brände heran. Wir sollten so viele Feuerwehrmänner wie möglich mit Schläuchen, Feuerlöschern und Motorsägen ausrüsten, um die Brände effektiv einzudämmen. Ja, wow. Wir sollten Gebäude in Ordnung, die sich in unmittelbarer Nähe zu Bränden befinden. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Bin bereit. Sofort. Erwarte Befehle. Jawohl. Erwarte Befehle. Wir sollten unsere Feuerwehrmänner mit Motorsägen ausrüsten und Bäume fällen, die sich in unmittelbarer Nähe von Bränden befinden. So verhindern wir, dass sich die Brände über Bäume weiter ausbreiten können. Keine Chance, Alter. Das brennt mir weg. Okay. Okay. Alter, jetzt ist es aber richtig lustig. Bin dabei. Kein Problem. Bin bereit. Die Stelle ist für uns nicht erreichbar. Wir sollten einen anderen Bereich ausbinden, um sie zu platzieren. Erwarte Befehle. Ist in Arbeit. Ja. In Ordnung. Die Brände breiten sich aus. Wir müssen unsere Feuerwehrmänner zu Fuß einsetzen. Zu Befehl. Unsere Fahrzeuge kommen nicht bis aufs Plateau. Höre. Erwarte Befehle. Verstanden. Verstanden. Okay. Der Feuerwehrmann kann keinen freien Hydranten in der Nähe des Ziels finden. Erwarte Befehle. Zu Befehl. Ja. In Ordnung. Ja. Was geht's? Kein Problem. Ja, hier geht's ab. Was geht's? Achtung. Wir müssen uns sofort um alle Opfer des Unfalls kümmern, sonst riskieren wir, dass der Einsatz scheitert. Bin bereit. Die Stelle ist für uns nicht erreichbar. Wir sollten einen anderen Bereich auswählen, um uns zu platzieren. Kein Problem. Höre. Zu Befehl. Wird gemacht. Erwarte Befehle. Bin dabei. Bin bereit. Zu Befehl. Einer ist noch verschüttet. Okay. So, die transportieren wir jetzt gleich ab. In Ordnung. Was geht's? In Ordnung. Erwarte Befehle. Was geht's? Wird erledigt. Erwarte Befehle. Alles klar. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Da kommt jetzt der nächste Rettungsdienst. Was gibt's? Wird erledigt. Wird gemacht. Ja. In Ordnung. Höre. Erwarte Befehle. Bin dabei. Erwarte Befehle. Bin dabei. Wird erledigt. Ja. Höre. Bin dabei. Die kann aussteigen. Bin dabei. Ist in Arbeit. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Okay. Okay. Wir müssen den letzten noch ein Stück probieren. Bin bereit. Ist in Arbeit. Zu Befehl. Höre. Zu Befehl. Erwarte Befehle. In Ordnung. Höre. Höre. Bin dabei. Okay. Das ist erledigt. Alter. Ich bin hier richtig... Was geht's? Er kann zurück. Sofort. Höre. Du kannst zurück. Alles klar. Dann brauchen wir hier einen Abschlepper. Verstanden. In Ordnung. Höre. Alles klar. Ich bin bereit. Dann du zurück zum Hacking. Jawohl. Die Brände. Come on, guys. Die Brände wird überall gelöscht. Die Brände sind voll dabei. Höre. Ist in Arbeit. Zu Befehl. Das ist der letzte. Was gibt's? Zu Befehl. Ja. Kein Problem. Was gibt's? Ja. Jawohl. Ist der Abschlepper schon da? Nö. Was gibt's? Verstanden. So, das letzte Opfer abtransportieren. Die fahren dann normalerweise automatisch. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Erwarte Befehle. Alles klar. Bin dabei. Was geht's? Bin bereit. Was geht's? Kein Problem. Puh. Was für ein Einsatz. Leck mich am Arsch. Höre. Okay. Geht das überhaupt? Zu Befehl. Wahrscheinlich eher nicht, ja. Erwarte Befehle. Höre. Höre. Alles klar. Sehr gut, wir haben's festgeschafft. Opfer haben alle gerettet. Was geht's? Alles klar. Ja? In Ordnung. Erwarte Befehle. Verstanden. Bin bereit. Was geht's? In Ordnung. Zurück. Okay. Höre. Sofort. Kannst du da noch mitlöschen? Gut gemacht. Ein Satz erfolgreich abgeschlossen. Uh, Lawine. Also wir haben diesmal. Aber achten Sie darauf, dass die verletzte Personen immer möglichst schnell notärztlich versorgen. Sonst besteht die Gefahr, dass die Verletzten sterben. Ja. Und das war gerade eben ganz schön knapp. Das war knapp. Also die Rettung der Person hat so lange gedauert. Okay. Also Priorität Nummer eins. Menschen retten, leben. Feuer erst später löschen. Aber gut. Egal. Wir haben's hingekriegt. Na gut. Auf jeden Fall haben wir's gemeistert. Trotz allem war zwar nur Bronze, aber egal. Wir haben's zumindest geschafft. War nicht ganz optimal. Also das mit dem Hund hat so lange gedauert. Mit dem Retten hat so lange gedauert. Da hab ich mich zu sehr ablenken lassen von anderen Sachen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht zuzugucken. Ich hoffe, dass ihr weiter dabei bleibt. Schauen wir mal, was uns nächstes Mal erwartet. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend. Lasst gerne Like, Kommentar, Abo da. Ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Einsatz mit eurem Einsatzleiterweber. Bis dann. Bye, bye.